Schlickschnack-Schluck Wer gewinnt? Schlickschnack-Schluck Ah gewonnen Schlickschnack-Schluck Schlickschnack-Schluck Ah gewonnen Schlickschnack-Schluck Ah gewonnen Ah gewonnen Hallo meine Lieben Hallo meine Lieben Herzlich willkommen zu einem Video von mir Heute Heute werde ich euch in dem Video zeigen, wie ich die Michelle geschminkt habe. Und zwar haben wir ein Kinderschminken gemacht und... Ja, was war dann? Ich habe ein Kratzenfoto. Wir sind im jenemischen Kanal. Hallo, herzlich willkommen. Auf jeden Fall haben wir ein paar lustige Gesichter geschminkt. Und ich zeige euch schnell die Schminke, die ich verwendet habe. Und zwar ist es von der Marke Joffrica Theaterschminke. Warte mal. Und wir zeigen sie mal. Und das ist eine Weizfarbe. Die riecht auch so gut. Riecht mal. Mh, die riecht wirklich sehr, sehr gut. So nach Parfum und... Ja, es riecht... Nach einer guten Creme riecht es eigentlich. Ja, ich will das als nach Creme haben. Ähm, ja, ich will es mir in Gesicht führen. So viel. Und dazu haben wir dann diese Schminkpalette genommen. Ja, die sind meine Schminkpalette. Da sind so Farben drin, wie braun, grün... Ja. Orange, rot, schwarz, heber. Rot, schwarz, heber. Die ist noch von Halloween übrig geblieben. Und da ist noch weiß dazu, da sind die Stifte dazu. Genau, da sind noch ein paar Stifte. Und die ist uns noch von Halloween übrig geblieben. Die haben wir selber bei Müller gekauft. Aber man kann sie wahrscheinlich auch auf Amazon bestellen. Wenn ich sie finde, werde ich sie euch unten verlinken. Ich wünsche euch viel Spaß bei mir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und auf und auf, wir gehen, durch die Wastelands, durch die Highways Till my shadow turns to sunrays Und auf und auf, wir gehen, durch die Wastelands, durch die Highways Und auf und auf, wir gehen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020